Also Patrick, 4 zu 0 in Augsburg, nachdem die anderen Spiele gut geklappt haben, wie fällt dein Fazit aus zu dem Spiel? Bitte! Wie fällt dein Fazit aus zu dem Spiel? Ja, ich denke, wir hatten einen schlechten Start in die Spiele davor. Aber da ist es nicht genug, da wieder zu viel zu kommen, auch wenn wir im zweiten Drittel mehr Torschüsse hatten. Und auch, ich denke, mehr Zeiten der gegenwischen Züge hatten. Ob so Errol Klepperer gespielt hat, hat nichts zugelassen und die Chance genutzt, die haben. Was müsst ihr jetzt besser machen, damit es gegen Mannheim am Sonntag klappt? Besser im Spiel starten, weniger ziehen lassen von Anfang an, dass wir da nicht grundsätzlich dem Rückstand hinterherlaufen. Alles klar, danke dir!